Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last of Us Part 1 Das ging schief leider. Müssen sie gerade, weil hier einzeln diese Licker oder Clickers zu töten? Das hat im Moment noch nicht so gut funktioniert. Speichern mal bzw. laden mal. Weil ich war jetzt schon ein Stück weiter. Habe ich doch schon getötet. Hä? Auf ihn abgespeichert. 12 Uhr 6. Der vierte. So, den haben wir. So, den haben wir. Ist ja... ...報en viel Ages. Und dann nach Hause. Okay. Okay. Ihr könnt kommen. Alter Schwede. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert, Leute. Es hat funktioniert. Aber wie kann ich mich jetzt heilen? Wie ging das nochmal? Ich habe keinen Lumpen. Ist. Egal. Gehen wir erstmal weiter. Wart sich nur wohin. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Auf jeden Fall jetzt nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Chain to the last one of us, part one. Ich bin mit mir zusammen. Ich bin der Danny Spieters. Wir müssen jetzt erstmal hier den Weg rausfinden, würde ich sagen. Weiß wir nicht genau, wohin. Gucken wir einfach mal. Ich bin mit mir. zum teufel müssen wir lang könnte ich mir vielleicht mal was sagen vielleicht müssen wir auch hier hoch so das müssen wir auf jeden fall an die seite schieben so funktioniert acht menschen in den durch komm noch ein stück das los das doch los machen ok alles klar da liegt noch was ich muss auch mal ein so können wir mal weiter gucken und jetzt ich will erst mal einen Weg hier runter finden wir können wir durch vorsichtig vorsichtig sprich mal erst mal wieder ein bisschen und du ignoriert mich dann tja nicht dieses mal ich glaube das erst wenn ich sehe ja und jetzt komm hier nicht hoch ich will ich 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 wieder hoch. Warum zum Geier bleibt ihr nicht oben? Zum Teufel müssen wir hier lang. Hier lang. Hier unten. So, kommen wir der Sache schon näher. Aha, Molotov-Cocktails. Gut. Gut. Da geht's mal nicht hoch, dann müssen wir hier lang. Scheiße, da drüben. Schließt du's? Mann, wir sind fast draußen. Okay, Joel, du gehst vor. Ich muss hinten an. Ellie, egal was passiert, du bleibst bei ihm. Pass gut auf. Klar. Mach ich. Scheiße, nicht schon wieder, ey. Mit ein bisschen mehr. Das sind die Ahnung, dass es ein paar Minuten zum Geier ist. Wie geht's das für dich? Ich weiß nicht. 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 Die Ahnung muss nicht, dass ihr dasst achtmalen. Das war's für heute. Ach, das war gar nichts. Das war gar nichts. Das war's für heute. 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 Clicker. Ich weiß, ich weiß. Das war's für heute. 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 Joe, Das war's für heute. 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 Hey, hey. Geh hoch, verdammt. Gott sei Dank, wir haben es geschafft, Leute. Das ist eine schwere Geburt. Sind alle okay? Ja. Sind die? Gehen wir. Leute, wir haben es geschafft, ey. Leck und fangen. Leck und es hält nicht ewig. Ihr sagt es. Wohin? Müssen wir, Tess? Zum Rathaus geht's da lang. Ja, dann gehen wir da mal lang. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Dann bin ich schon wieder. Zwei, zwei, drei. Ja. Ja, da bin ich schon wieder. Viel, fünf, zehn bei der Schreven hat. Ja, ja. Wie ist das denn? Ja. 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 Ja, ja. Oh, come on. Puh, so, das haben wir. Wir werden mal umschauen hier. Ach, mein Gott, nimm den doch. Mein Gott, warum schiebt er den denn nicht? Nein, will ich doch gar nicht. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Nein, will ich nicht. Da kommen wir auch nicht hoch. Joel, hier drüben. Wir gehen durchs Gebäude. Ja, das lief ja toll letztes Mal. Sorry, ich meine ja nur. Was, ich höre nicht. Ich weiß. Du hast ja was am Schuh. Schnell weg hier. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Finden wir es raus. Okay, dann an die Arbeit. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Ich weiß, sie geht nicht. Egal. Es ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich, äh, kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Malin bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Ich sagte doch, alles wird gut. Tess. Kinder. Kleine ist aber auch tough. Meine Güte. Was ist das hier? Ein altes Museum. Manche Sachen hier sind Jahrhunderte alt. Wirklich? Wow. Okay, aufpassen, schnell. Los, 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 los. Scheiße. Ich lebe. Ich werde außenrum gehen. Wir sind hier. Tess. Renn. Renn. Scheiße. Tess. Scheiße. Tess. Drei. Tess. Ich wurde. Tess. Es wurde. Tess. 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 Ah. Ah. Tess. 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 Scheisse. Tess. 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 Was ist das? Scheiße, ich weiß doch nicht mehr, wo ich lang muss, ey. Scheiße. 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 Mist, ey. Das ist wieder weißer Mann. Scheiße. Ja. 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 Ah! Ah! Gah! Ah! Ah! Pesse! Mir geht's gut. Leute, hier rein! Das ist ein Fehler! Shit! Weg von mir! Mein Mann! Das war verdammt knapp! Nein! Bin jetzt! Hier lang! Hier geht's aufs Dach! Wir müssen irgendwie rüber! Vorsicht! Da ist es! Unser Zielort! Wann muss ich das denn jetzt machen? Da! Da! Okay! Sei vorsichtig, wenn du drüber gehst! Das ist ein bisschen... ... 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 ihr in einem der nächsten Videos wieder mit am Start seid, habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Dennis Bieters, ciao, servus und tschüss, bye, bye.